Felix Eiser ist Gründer von RegioHelden und er hat drei Tipps gegeben für Startups, die noch ganz am Anfang stehen. Ich glaube, die erste Sache wäre für mich, einfach mal zu starten. Also entweder sich ein unternehmerisches Umfeld zu begehen, um Startups zu arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln oder einfach selber loszulegen, weil das Risiko hält sich ja an Grenzen. Also vielleicht funktioniert das Unternehmen nicht aus irgendeinem Grund, aber man selber lernt ja trotzdem extrem viel und das ist ja das, was eigentlich zählt, so die Erfahrungen gemacht zu haben, die man später wieder einsetzen kann. Also irgendwie einfach mal zu starten, das wäre so mein erster Tipp. Der zweite Tipp wäre für mich, sich genug Zeit zu nehmen für Reflexion, also selber zu überlegen, was macht man denn eigentlich gerade und was sind meine Prioritäten und ich glaube, daran scheitern viele junge Unternehmer, dass sie irgendwelche Aufgaben zwar richtig machen, aber dass sie falschen Aufgaben waren. Als Angestellter kriegt man dann meistens gesagt, was man zu tun hat. Man kriegt eine Aufgabe und macht die gut oder schlecht und wenn man sie gut macht, dann kommt man wahrscheinlich weiter. Der Unterschied zum Unternehmer ist, man kriegt ja keine Aufgaben, man muss sie sich selber suchen. Und da machen die meisten die größten Fehler und arbeiten an den falschen Dingen. Also deswegen ist diese Reflexion so wichtig, zu überlegen, woran bin ich denn eigentlich gerade, was sind meine Prioritäten, was bringt mich wirklich weiter. Und das dritte, würde ich sagen, das hilft auch stark dabei, ist, sich gute Leute als Mentoren zu suchen, die einem dabei helfen können. Also Unternehmen, die es vielleicht schon mal gemacht haben, Leute aus der Industrie, in der man da drin ist, vielleicht Investoren, vielleicht Partner, vielleicht Kunden, also mit so viel wie möglich Menschen offen zu sprechen und Feedback zu kriegen, um eben so eine Sicht von außen auf das eigene Unternehmen zu haben. Weil spätestens, wenn man da zwei, drei Monate drin ist, dann kann man nicht mehr von außen drauf gucken, dann ist man da zu tief drin quasi. Und es hat mir extrem geholfen, mit Mentoren zu arbeiten, die a. Expertise hatten, so in dem Bereich, in dem ich unterwegs war und b. einfach einen Blick von außen auf mein Unternehmen hatten, mir helfen konnten, die richtigen Prioritäten festzulegen. Also das würde ich jedem empfehlen, das zu tun.